Hallo und willkommen zu einem Update-Video für Luminar 2018. Skylim hat ein erstes Update für ihr Bildbearbeitungsprogramm herausgebracht. Und unter anderem soll ja das DNG-File-Problem gelöst worden sein. Man hat Hotkeys hinzugefügt, also Tastaturbelegung. Man hat den Arbeitsbereich hinzugefügt und die Leistung verbessert. Und noch einige andere Sachen, aber ich würde sagen, wir beschränken uns erstmal auf diese vier Sachen, weil das sind für mich eigentlich so die wichtigsten Sachen in diesem Update. Dafür werden wir als erstes mal ein DNG-File öffnen und schauen, was sich da getan hat. Also, wir gehen hier auf Öffnen und wählen ein DNG-File aus. Ihr seht, dort steht DNG-Datei. So, dann warten wir kurz, bis das Bild sich geöffnet hat. Und werden als nächstes hier auf die Grundfilter gehen und werden den RAW-Entwicklungsfilter öffnen. So, und in meinem ersten Video, was ich gemacht habe, habe ich ja gezeigt, dass ich, wenn ich ein DNG-File hier reinlade und dann versuche, eine Entwicklung zu machen, dass sich dabei dann am Bild überhaupt nichts ändert. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das Skylum geändert hat. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Glanzlichtern an. Setzen wir runter und, ja, das haben sie definitiv nicht geändert. Auch die Schatten kann ich nicht bearbeiten. Okay. Die Weißtöne, die lassen sich bearbeiten. Und die Schwarztöne. Aber die Glanzlichter und die Schatten lassen sich nicht bearbeiten. Mal gucken, ob der Kontrast... Nein. Auch am Kontrast tut sich nichts. Und die Belichtung ändert sich ebenfalls nicht. Ja. Okay. Das muss ich jetzt sagen, das ist enttäuschend. Und, ja, da würde ich sagen, muss man definitiv Skylum nochmal für kontaktieren. Ähm, ja, das heißt, das funktioniert dann auch einfach hier wieder über Nachbearbeitungsebene und dann den Entwicklungsfilter. Ja. Okay. Und so funktioniert. Also, da hat sich das, hat sich nicht geändert. Ähm, ja, das ist schade. Das, äh, aber ich denke, das muss man einfach dann nochmal an Skylum übermitteln und Ihnen mitteilen, dass da immer noch irgendetwas nicht in Ordnung ist. Okay. Als nächstes würde ich sagen, ich zeige euch mal die Hotkeys. Das lässt sich am einfachsten, wenn ihr hier oben auf das Werkzeugmenü klickt, ähm, lässt sich das am einfachsten zeigen. Denn ihr habt jetzt hier hinter dem Verschieben, Pinsel erstellen, Verlaufsmaske, Radialfilter und Freistellen, habt ihr Buchstaben. Und zwar das H, das B, das G, das R und das C. In diesem Fall haben wir jetzt erstmal nur das C zur Auswahl. Ich werde das jetzt mal aktivieren. Und dann seht ihr, wir sind auf die Transformieren, beziehungsweise auf das Freistellen-Werkzeug gekommen. Und dann könnt ihr ganz normal, wie ihr Lust und Laune habt, euer Bild beschneiden oder halt hier oben auf die verschiedenen Seitenverhältnisse klicken. So. Jetzt haben wir hier mal 3 zu 2 und dann könnt ihr das im 3 zu 2 Verhältnis hier anpassen. Hier oben könnt ihr dann auf Freistellen klicken, dann ist das dann freigestellt, dann ist euer ausgewählter Bereich aktiviert. Dann sieht das so aus. Und könnt auch hier wieder zurückgehen, dann wird euch das Bild wieder groß angezeigt. Wenn ihr dann wieder hier auf das C klickt, habt ihr wieder Freistellen zur Auswahl und könnt wieder von vorne anfangen. Hier oben über Abbrechen könnt ihr natürlich auch wieder einen Schritt zurückgehen. So. Als nächstes möchte ich euch mal den Arbeitsbereich zeigen. Der befindet sich hier unter Filter hinzufügen. Der ist neu, den hat es bis zum Update nicht gegeben. Wenn wir hier draufklicken und den aktivieren, zeigt er uns hier einen, ja, leeren Arbeitsbereich. Wenn wir jetzt hier auf Professional klicken, dann aktiviert er alle Filter, wo Luminar der Meinung ist, dass das ein Arbeitsbereich ist. Und zwar der professionelle Arbeitsbereich. Ihr habt hier noch Schnell und Genial. Das sind dann wirklich nur ein paar Filter. Also hier der verbessert durch künstliche Intelligenzfilter. Können wir ja mal hier anziehen. Setzen wir mal hier auf etwa die Hälfte und gucken mal, was passiert. Dann können wir hier noch die Sättigung und die Vitalität erhöhen oder können hier unten die Klarheit anpassen. Oder haben wir Aerial-Fotografie. Also er hat hier vorgefertigte Arbeitsbereiche, die ihr anklicken könnt. Ich denke, das ist auch eine sehr nützliche Erweiterung jetzt, weil man muss nicht mehr anfangen, hier mühselig sich seine Filter herauszusuchen und zusammenzubauen. Außerdem habt ihr hier auch noch die Möglichkeit, eigene Filter zusammenzubauen. und dann als eigenen Arbeitsbereich zu speichern. Das finde ich persönlich ziemlich cool, weil das ist doch dann schon so ein bisschen, ja, man individualisiert auf sich selber. Man hat halt dann wirklich, man sagt, ich brauche jetzt nur den Rohrentwicklungsfilter und einen Schwarz-Weiß-Filter und, keine Ahnung, einen Schärfe-Filter und hat das dann quasi, kann sich das dann quasi selber für sich abspeichern. Und kann dann immer hier dann über den Arbeitsbereich klicken und hat dann seine eigenen vorgefertigten Arbeitsbereiche. Eine coole Sache, hat es auf dem Mac schon gegeben, haben jetzt auch wir Windows-User dazu bekommen. Finde ich persönlich ziemlich cool. Ja, und als viertens und letzten, das kann ich euch allerdings nicht irgendwie zeigen, sondern, das kann ich euch nur erzählen, Skylim hat die Leistung verbessert. Es arbeitet sich alles etwas schneller. Ja, im Großen und Ganzen Update 1. Ich finde es gut, dass Skylim so schnell arbeitet und jetzt schon nach neun Tagen das erste Update herausgebracht hat. Muss aber auch sagen, dass das mit dem DNG-Raw-File immer noch nicht funktioniert. Gut, wie oft nutze ich einen DNG-File? Ich bin eigentlich jetzt nicht der, der seine Bilder alle in DNGs umwandelt. Aber ich bin mir sicher, dass es den einen oder anderen gibt, der auf DNG konvertiert. Für diejenigen, die können dann halt nur in dem normalen Entwicklungsfilter arbeiten. Es ist nichts anderes wie der Raw-Entwicklungsfilter, aber ich sage mal, es wäre halt schön, wenn das auch funktionieren würde. Gut, dafür muss man Skylim halt dann einfach weiter mit E-Mails, sage ich jetzt mal, nicht bombardieren, aber Sie weiterhin darauf hinweisen, dass das immer noch nicht funktioniert. Ich denke, ich werde Ihnen auch schreiben und ich werde Ihnen auch eine Verlinkung auf das Video hier zuschicken, dass Sie sehen können, was ich denn meine. Vielleicht, ich hatte es zum letzten Mal nur geschrieben, vielleicht bringt das ja dann etwas mehr, wenn ich Ihnen dann auch das Video quasi dazu verlinke und Sie sehen können, wo ich der Meinung bin, dass da ein Fehler oder ein Bug vorhanden ist. Okay, ich würde sagen, ich werde an dieser Stelle das Video jetzt beenden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen und sage auch dafür ganz herzlich Dankeschön. Wenn du das erste Mal hier auf dem Kanal bist und dir ein Video von mir anschaust, dann vergiss nicht zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Dann bekommst du in Zukunft Push-Nachrichten, wenn ich ein neues Video hochlade und dann verpasst du auch keines meiner weiteren Videos mehr. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen guten Abend, einen guten Morgen. Ich hoffe, du schaltest auch im nächsten Video ein und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!